Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Toppharm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Musik . . Grüezi miteinander. Jetzt haben Sie gerade die Big Band von Beppe Lienhardt gehört. Er ist bei mir in der Sendung wegen dem Gehör, die nicht mehr so war, wie es einmal war. Beppe Lienhardt, wie schwierig war es, sich das einzustehen? Ja, es ist natürlich ein schleichender Prozess. Ich habe sogar früher nach der Tournee einen Check gemacht, und da hat es immer geheissen, es ist für Ihren Beruf noch gutes Gehör, die natürliche Absenkung bei der Höhe, den habe ich schon immer gehört, den Kommentar. Aber dass es wirklich ein Hörmittel nötig hat, habe ich mir lange nicht zugestanden. Ist es so, wie wenn man die erste Laserbrille bekommt, man hat ein bisschen Hemmungen? Ja, das stimmt. Wobei heute Brille ja kein Problem mehr ist. Heute gibt es modische Brille, und alle, wenn eine Brille brauchen, gehen sie zur Optik, machen eine Brille und legen sie an, zack, auch die Jungen. Ich habe damals noch gelitten, als ich eine Brille als Zwölfjähriger haben musste. Aber mit der Hörhilfe fühlt sich alle noch schwer. Ich weiss zwar nicht, man sieht es ja nicht, man kann sie jetzt zusammen. Ja, ja. Aber es fühlt sich ja gut an. Lebensqualität. Ja, super. Wahnsinnig viel besser. Und über das werden wir noch mehr erfahren. Nicht hören ist ja für alle viel mehr wie unangenehm. Und wenn man Musiker und Bandleader ist und Konzerte macht, wie Beppe Lienhardt, dann ist es noch eine zusätzliche Herausforderung. Er spielte schon mit Quincy Jones, Frank Sinatra, Whitney Houston und natürlich immer wieder mit Udo Jürgens. Probleme mit seinem Gehör hatte Beppe Lienhardt nie. Oder etwa doch? Wie war das noch an den Udo-Jürgens-Konzerten, Herr Lienhardt? Bei jedem Soundcheck, den ich immer in den Saal runtergeholt habe, und v.a. bei den Udo-Konzerten in dieser Reisenhalle, da bin ich dann natürlich, das Bistpult war der 50 m weg von der Bühne, da bin ich zu hören, wie das klingt. Und dann habe ich dann die Soundtechnöre logisch weiss nicht angestellt von mir. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist noch etwas dumpf, das muss ich etwas heller machen. Und immer noch etwas heller. Und ich glaube, jetzt ist es gut, es ist bei Sam Farrant, alles so dumpf klingt. Und wenn ich weggelaufen bin, das habe ich später rausgefunden, haben sie wieder alles zurückgetreten, was vor ihnen war, weil er keiner mehr getraut hätte zu sagen, du gehörst nicht mehr recht. Beppe Lienhardt leidet an einer altersbedingten Schwerhörigkeit. Vor allem die oberen Töne hört der Musiker und Bandleader nicht mehr gut. Zu seinen Hörgeräten kam er wie die Jungfrau zum Kind. Er wurde angefragt, ob er Werbung dafür machen würde. Ich habe betont, ich brauche ja keines. Also bei der Werbung habe ich ganz genau auf den Text geschaut, dass nicht der Eindruck entsteht, ich brauche ja auch ein. Bis dann hat die Frau mal gesagt, bist du sicher, dass du kein Bruch? Sag ich, nein, ich brauche kein Bruch. Komm, wir machen mal eine Testung. Gut, und dann kommt verwendlich. Dann sagt sie, sorry, aber du brauchst auch ein. Und sie hat mir eins angemessen. Und dann musste sie auf meiner Schrank stehen. Ein Jahr lang habe ich sie nicht angelegt. Einfach so ein Reflex. Ja, ich bin noch nicht so alt. Und dann ging ich an eine Veranstaltung von dieser Firma, die halt eben aus dem Hörmittel gegangen ist. Und dann musste ich ja logisch anstandshalber anlegen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das ist schon sehr viel einfacher. Ich gehöre ja alles viel besser. Ich muss wenig an mich konzentrieren, damit sie alles verstehen. Nun ist Beppe Liernhard rundum zufrieden mit seiner Hörqualität. Und er kann sogar mit seinem Hörgerät im Auto telefonieren. Das ist das geniale Teil hier. Das zusammenstecken, das Kontakt macht. Dann lege ich das an. Dann muss ich die Verbindung, Bluetooth machen. Bluetooth einschalten. Wenn jemand mir anruft, höre ich es direkt im Hörgerät. Dann kann ich ihn auf den Knopf drücken. Dann bin ich verbunden. Und wenn das Gespräch fertig ist, drücke ich wieder ein Mikrofon. Ich kann so ganz entspannt im Auto fahren, bevor ich mich anreden und bin von mir abgelenkt. Das ist genial. Hörgeräte im Alltag zu tragen, das ist das eine. Aber für einen Musiker, der auf Tournee ist und Konzerte gibt, wie Beppe Liernhard, mit Hörgeräte, das finde ich schon noch spannend. Wie gut geht das? Es kommt wunderbar. Ich höre vor allem die Präsenz viel besser. Ich höre den Sound so, wie es klingt. Auf der Bühne habe ich das Orchester immer gehört, ich spiele so laut. Das war kein Problem. Aber ich habe nicht den richtigen Klang gehört. Die Höher waren einfach abgeschnitten. Jetzt höre ich wieder die Musik so, wie sie klingt. Das ist schon noch wichtig, finde ich, dass man das ganze Spektrum gehört von diesen Tönen. Müssen Sie diese Ständung anpassen? Im Konzert ist es anders, als wenn wir reden? Eigentlich bin ich mich so gewöhnt, dass ich gar nicht mehr so umstelle. Ich habe ein Apparat dabei, wo ich verschiedene Dinge umstellen könnte. Aber eigentlich habe ich immer normale Stellung. Und das funktioniert wunderbar. Bei uns ist der Prof. Marco Gaversaccio. Wieso gehen diese hohen Töne zuerst verloren? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist sicher etwas mit genetisch zusammen. Die hohen Frequenzen, die beim Rundenfeister zuerst betroffen sind. Aber es können natürlich auch wiederholte Lärmexpositionen sein. Es kann Vireninfekte sein, auch während der Kindheit. Oder auch später, die die Ursache sind, die hohen Frequenzen zuerst betroffen sind. Im Konzert oder überhaupt Livemusik ist immer grausam laut. Und ich frage mich, warum eigentlich Pepe Lienhardt? Ja, das hat sich irgendwie verschoben. Ich denke, früher, als ich die ersten Konzerte auf dem Hasi Osterwald als 14-Jähriger hörte, da hatte es zwei so Böckchen auf der Seite. Die haben den Saal beschaltet und die Leute haben die Ohren gespitzt. Und es hat wunderbar funktioniert. Und heute könnte man so gar nicht auftreten. Die würden einem gerade auslachen. Es ist einfach immer lauter geworden. Aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund dafür. Es ist einfach immer stetig. Ja, weil die Leute hören, geht es. Es ist so eine Entwicklung. Natürlich eine gewisse Art Musik. Heavy Metal muss jetzt einfach heavy sein. Das kann man jetzt nicht Goliath spielen. Aber wir haben unterdessen einige Konzerte gemacht, mit der Big Band, die doch einen eigenen Klang hat. Und die haben früher immer ohne Mikrofone gespielt. Die Big Bands, Glenn Miller, original. Das war vorher ein Mikrofone für die Sängerinnen. Und fertig. Und die Orchester hatten Sound. Und wir haben zwei, drei Konzerte in Sonneressen schon akustisch gemacht. Und die Leute können sich alle bedanken. Ja. Das kann ich gut vorstellen. Jetzt einten ist die Hörgeräte. Aber es gibt jetzt auch noch ganz neue Behandlungen. Es ist zwar noch weit weg von der Praxis, aber um was geht es hier, Herr Kawasaki? Es hat verschiedene Ansätze, die man hat. Das eine wäre eben eine Gentherapie. Das ist im Moment in den Vereinigten Staaten, wo man probiert, aus Tromuffällen direkt zum ovalen oder runden Feusten zu kommen und dort etwas hineinzubringen, eine Substanz, und probiert, dass dort wieder die Hörchen wieder sich regenerieren. Das ist die eine Möglichkeit von Therapie. Hier läuft jetzt eine Studie in Kansas und New York. Die zweite Sache ist sicher, wo man probiert, auch verschiedene Faktoren in seinen Ohren zu bringen und probiert, dass die Stützzellen plötzlich Hörhärchen bilden werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Und das dritte ist natürlich die Stammzellen. Man probiert natürlich, Stammzellen eines Tages wieder ins Innenohr hineinzubringen, wobei das sicher noch länger dauert. Aber ist es denkbar, einmal theoretisch, dass man irgendwann gar keine Hörgeräte braucht, sondern das anders therapieren kann? Ja, es besteht sicher eine Möglichkeit. Ich weiss, ich kann die Zukunft nicht vorausgesehen. Im Moment ist es nicht der Fall. Aber wenn eine Gentherapie wirken würde, ist es natürlich möglich, dass vor allem die Autoschwerhörigkeit deutlich besser werden würde. Und vielleicht eines Tages auch kleinere Hörgeräte oder weniger, die Batterien brauchen, eingesetzt werden würde. Eine andere Möglichkeit ist ein Cochlea-Implantat. Wir haben ein paar Bilder dazu. Um was geht es hier? Sie setzen das sogar mit Roboter ein heute. Es geht um Cochlea-Implantat. Das gehört zur hochspezialisierten Medizin in der Schweiz. Da geht es im Prinzip darum, bei Taubenpatienten, also bei Einseit-Taubenpatienten, eine Stimulanz reinzubringen, so wie eine Elektrode, und versuchen, die Nerven zu stimulieren, damit die Leute etwas hören. In den letzten Jahren ist immer mehr die Hochgradgeschwerhörigkeit und jetzt sogar einseitige Taubheiten. Das heisst, es ist auch möglich, bei einseitigen Taubheiten vielleicht in Zukunft solche Cochlea-Implantate ins Ohr reinzubringen. Das beinhaltet natürlich eine Operation. Ja, und wie gut hört man nachher? Also ganz oder nur ein Teil? Nein, es ist sicher nicht Flüstersprache. Das kann man nicht allein so wahrnehmen. Aber die Umgangssprache ist sicher möglich. Aber jemand, der ein Cochlea-Implantat hat, bleibt immer etwas schwerhörig. Vielen Dank, Herr Caversaccio. Vielen Dank. Wir reden nachher noch einmal weiter. Wissen Sie, was im Gehör passiert, wenn man nicht mehr so gut hört? Wir zeigen Ihnen das gerade. Die Ohrmuschel fängt die Schallwellen auf, das Trommelfell wird in Schwingung gebracht und leitet so den Schall weiter an die Gehörknöchelchen. Die drei Gehörknöchelchen verstärken den Schall bis zu 40 Mal. Sie geben die Schwingungen an die Hörschnecke weiter, die mit Wasser gefüllt ist. Die Wasserwellen stimulieren Zehntausende von feinsten Härchen. Diese sogenannten Haarzellen setzen die Wellen in elektrische Impulse um. Die verschiedenen Fasern des Hörnervs nehmen die Impulse auf und leiten diese ans Gehirn weiter. Dort werden die akustischen Reize entschlüsselt und verstanden. Doch zu viel Lärm schadet dem Ohr. Die überlasteten Haarzellen verkümmern, wenn sie keine Zeit zur Erholung haben. In dem Bereich der Hörschnecke, wo die Härchen zerstört sind, nehmen wir Töne nicht mehr wahr. Das bedeutet, wir nehmen wahr, wenn jemand spricht, verstehen ihn aber nicht mehr genau. Baby Lienhardt, wo Sie plötzlich diese Hörgeräte drehen, war das ein Riesenunterschied? Ja, extrem. Es wird durchschleichend schlechter. Man realisiert es nicht. Plötzlich hört man wieder alles. Für mich ist gerade Sonnenaufgang. Es ist echt ein Wahnsinns-Effekt. Es könnte aber auch unangenehm sein. Plötzlich hört man vielleicht Sachen, die man gar nicht hören will. Ich denke, wenn man zu lange wartet, aber ich habe es in einem relativ frühen Stadion, das Gerät bekommen, wenn man fast nichts mehr hört, und plötzlich hört man wieder alles, muss das ein Stress sein, v.a. für noch ältere Leute als mich. Ich habe das auch schon erlebt im bekannten Kreis, als einem Freund seiner Mutter ein Reis gekauft hat, der schon weit über 80 war. Sie wollte das nicht mehr. Sie war wirklich gewohnt, dass sie alle anschreien und sie hat nichts mehr gehört. Es war einfach ihr Zustand. Plötzlich war alles so laut. Sie hat sie total gestresst und sie hat das Gerät wieder weggegeben. Bei uns ist ein Hörakustiker dazugekommen, Herr Paul Karnert. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für ein Hörgerät? In der Regel ist es so, wenn man ungefähr einen 20-prozentigen Hörverlust hat, sollte man loslegen mit dem Hörgerät und eben dann nicht zu lange warten, damit eben keine schnelle Entwöhnung stattfinden kann. Und dementsprechend dann auch mit, man kann hier auch mit kostengünstigen Geräten schon anfangen, in der Frühphase. Und wenn dann der Hörverlust höher wird, kann man sich dann eben später mal auch für teurere Geräte entscheiden. Entscheiden, ja. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Geräte. Auf was muss man denn achten? Auf was kommt es drauf an? Also hier ist natürlich ganz entscheidend, wie ist der Grad meines Hörverlustes. Und nach dem Grad des Hörverlustes richtet sich natürlich auch das Hörgerät. Und hier gibt es eben die unterschiedlichen Produkte und nach dem Grad des Hörverlustes richtet sich auch die Größe des Hörgeräts. Ob ich eben mehr Leistung brauche oder weniger Leistung brauche. Und hier ist es... Oder im Ohr, innen oder hinter dem Ohr, ist auch noch ein Unterschied? Ja, also hier ist es natürlich so, dass es oft auch eine kosmetische Frage, ob im Ohr oder hinter dem Ohr. Die im Ohr sind meistens für die leichteren Hörverluste und die Hinterohrhöhregeräte, wenn man einen höheren Hörverlust hat oder wenn die Platzverhältnisse es nicht hergeben. Also dass ich gar keinen Platz habe. Jetzt, wenn Sie zum Beispiel in einen Raum gehen, wo ganz viel läuft, ich weiss jetzt nicht, in eine Disco vielleicht gehen Sie gar nicht mehr so, aber in einem Restaurant, wo das Hallern tut. Müssen Sie dann etwas umstellen? Ja, dort hatte ich früher massiv Probleme. Man beginnt dann die Lokale zu meiden, dann gehen die Probleme aus dem Weg. Und auch wenn man müsste, sagen wir, die gefällt es mir nicht, obwohl man einfach nichts mehr gehört. Ich habe wirklich nichts mehr verstanden, die grosse Lokale. Im Tram, wenn Lärm ist, wenn es quietscht, die Bremse vom Tram. Und dann habe ich oft den Leuten angesprochen, die haben eine falsche Antwort gegeben. Da ist meine Frau vor allem aufgefallen, sie sagt, der hat ganz etwas anderes gebrockt. Das ist natürlich auch peinlich. Jetzt so ganz laut lokal, ich habe ein Gerätchen, das ich dann umstellen kann. Es gibt auch verschiedene Einstellungen, die man machen kann und die kann man programmieren. Der Akustiker wird einem das einrichten. Das Gerät haben Sie immer im Sock? Ja, das habe ich immer im Sock. Das kann ich so zeigen, das habe ich im Schlüsselbum. Das ist ein riesiges Gerätchen. Und das können Sie dann umstellen? Und da kann ich drücken und dann kann ich die Lautstärke auf und runter machen. Aber ich brauche es sehr, sehr wenig. Aber eben so in einem ganz lauten Lokal kann man dann die entsprechende Einstellung wählen und plötzlich ist alles ganz klar und man ist fokussiert auf die Gegenüber. Intelligente Hörgerätzeit bei denen erhöht. Was können die denn jetzt alles? Also die Hörgeräte können heute situativ erkennen, in welcher Situation ich mich befinde. Und das machen die aufgrund einer Analyse. Und dort wird erkannt, ob ich in einer ruhigen, lärmigen Umgebung bin, ob ich auf der Strasse stehe, ob ich Musik höre, ob im Restaurant sitze. Also das kann ich dann alles machen, ohne quasi einstellen? Genau. Das kann es situativ erkennen. Wir haben es im Film schon gesehen. Sie tragen auch hier so ein Gerätchen. Ja. Geniales Gerät ist das. Und da können Sie jetzt telefonieren ohne Telefon? Ja, da kann ich Bluetooth an meinem Handy einschalten. Ja. Das muss natürlich irgendwo in der Nähe sein. Also nicht gerade auf mir, aber im Auto nebenan liegt es nebenan. Dann, wenn es klingelt, klingelt es mir im Ohr, im Hörgerät. Ich drücke auf den Knopf. Ich kann weiterautofahren. Ich kann wunderbar reden. Man hört mich sehr gut. Ich höre hier drinnen. Also die Aussengeräusche sind ... Ich höre natürlich immer noch alle Geräusche von aussen. Ja. Aber ganz laut und klar höre ich die Sprache drinnen. Und das ist eine super Komfort. Also wenn Bebe Lienhard einfach so redet, dann ist es nicht, dass etwas nicht stimmt. Dann hat er wirklich das Telefon, das er hat. Ja, wahrscheinlich auch. Genau. Was zahlen IV und AHV an die Geräte? Die IV zahlt 840 Fr. für 1 Uhr, 1650 Fr. für 2 Uhr und die AHV bezuschusst mit 630 und 1237,50 für 2 Uhr. Also viele Zahlen. Aber im Endeffekt heisst das, dass jeder eigentlich das Recht hat auf einen Gehörgerät. Das hat er, wenn er einen gewissen Grad an Schwerhörigkeit erreicht hat. Mhm. Gibt es ein Lieblingsgeräusch? Ja, definitiv. Ich habe früher die Vögelchen nicht mehr gehört pfeifen. Wenn ich mit dem Hund laufen ging, dachte ich einfach, die Vögel sind weit weg. Und es hat keine Vögel. Die sieht man nicht unbedingt auf den Bäumen. Und plötzlich kann ich wieder gehören, zwitschern und grillen natürlich auch. Und das ist grossartig. Weil das gehört einfach auch dazu, wenn man in Natur rausgeht. Also man alles gehört. Das war eine wahnsinnige Steigerung für mich. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ganz herzlichen Dank, Herr Karnath. Danke. Und wenn Sie noch mehr wissen über Gehör, Verluste und was es da alles gibt, wir haben verschiedene Informationen für Sie bereit bei uns auf der Webseite. In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 20'000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt und die Lebensqualität so wieder verbessert. Mit der Zeit nutzen sich die Prothesen aber ab. Im Schnitt heben sie etwa 15'000 bis 20'000 Jahre, je nachdem, wie alt der Patient ist und wie aktiv. Und dann kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, braucht es jetzt eine Revisionsoperation? Rolf Brunner macht sich bereit fürs Training. Heute Abend habe ich ein Fussballspiel, wo ich gerne pfeifen gehe. Ich bin neuerdings Scheidsrichter, weil ich nach der ersten Operation nicht mehr Fussball spielen konnte, das mein liebste Hobby war. und das mein liebste ist. Vor zehn Jahren wurde er an seiner rechten Hüfte operiert. Trotz neuem Hüftgelenk plagen den 62-Jährigen seit der Operation starke Schmerzen. Ich habe Physio gemacht, wir sind in die tiefe Muskulatur gegangen, wir haben also alles versucht, aber wir haben keinen Weg gefunden, sondern es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Darum hat er Dr. Zink von der Universitätsklinik Balgrist kontaktiert. Der Spezialist hat sich intensiv mit der Problematik von Rolf Brunner auseinandergesetzt. Für den Chirurgen ist klar, wo das Problem liegt. Seine Empfehlung, Rolf Brunner benötigt eine zweite Operation an der Hüfte. Sie sehen hier ein künstliches Hüftgelenk. Das ist eine normal positionierte Pfanne. Bei Herrn Brunner wanderte die lockere Pfanne in diese Richtung und hat hier zu einem grossen Loch geführt. Dieses Loch werden wir mit Fremdknochen füllen. Das ist nachhaltig und der Fremdknochen kommt aus der eigenen Knochenbank. Eine Alternative dazu ist, dass man einfach eine übergrosse Pfanne da einsetzt. Das ist aber bei einem jungen Patienten meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Dr. Zink setzt nicht nur auf nachhaltige, sondern auch auf schonende Operationen und engmaschige Kontrollen. Es ist sehr entscheidend, dass, auch wenn man absolut beschwerdefrei ist mit einer Hüftprothese, weiss, dass nach Jahren und Jahrzehnten diese Hüftprothese verschlissen sein wird und dass es dann einen Revisionseingriff braucht. Und um nicht einen günstigen Zeitpunkt, wenn man so will, zu verpassen, einen solchen Revisionseingriff zu machen, sind Nachsorgeuntersuchungen wichtig. Herr Brunner, guten Tag. Bei mir geht's? Gerne. Bald ist es soweit. Rolf Brunner wird in wenigen Tagen operiert. Heute besprechen die beiden letzte Details. Nehmen Sie gerne Platz, Brunner? Ja. Die Operation wird nicht allzu lange, eineinhalb Stunden, in der Hospitalisation ein paar Tage. Und das, was Sie dazu beitragen müssen, ist, Stücke für sechs Wochen benutzen. Ich habe viel Sport früher gemacht. auf das Egales verzichten müssen, am Schluss jetzt aufs Motorradfahren. Was kann ich nachher wieder machen? Was darf ich wieder machen? Sie dürfen davon ausgehen, dass sie die Beschwerden von jetzt nicht mehr haben, dass sie den Alltag problemlos bestreiten können, den Sport als Fussballscheizrichter auch. Und auch ihr geliebter Hobby, das Motorradfahren, sehe ich keine Bedenken. Ja. Glänzen tut es schon. Und wenn alles nach Plan läuft, kann Rolf Brunner bald wieder Motorrad fahren. Rolf Brunner ist mittlerweile operiert worden, es ist alles gut gegangen. Er muss jetzt etwa sieben Wochen Stöcke tragen und dann beginnt die Rehabilitation an. Wissen Sie, dass die Wechseljahre nicht nur wir Frauen haben, sondern auch Männer? Im nächsten Beitrag geht es um Testosteronmangel. Testosteronmangel ist ein Tabuthema und wir reden darüber. Wir sind die Topfarmapotheke Manz in Hochdorf im schönen Seetal. Beschwerden bei Testosteronmangel sind nicht so offensichtlich, wie man denkt, wie z.B. Potenzabnahme. Der Mann kommt zu unserer Apotheke mit Beschwerden wie Erschöpfung, Müdigkeit, depressive Verstimmung oder Muskelbeschwerden. Die Ursache des Testosteronmangel kann eine Grunderkrankung sein, der natürliche Alterungsprozess der männlichen Geschlechtsdrüse. Immer mehr treffen wir aber auch jüngere Männer an, die unter Stress und Druck leiden und auf Dauer die Produktion der Sexualhormone beeinflussen. Wir in unserer Apotheke haben uns spezialisiert auf die Herstellung von solchen Testosteronpräparaten, die man auf die Haut aufträgt. Wir verarbeiten Testosteron in einer Grundlage, in einer Creme oder in einer Schil. Das ist so in der Dosierung, wie es der Arzt aufgrund des Blutwerts bestimmen hat. Also sehr individuell. Gerade junge Männer können mit einer guten Work-Life-Balance, gute Ernährung, Sport, den Stress im Griff behalten und so in einem Testosteronmangel vorbeugen. Bei mir war der Beppe Lienhard in der Sendung. Sie sind jetzt schon bald auf der Tournee von Webmisswell. Heute Abend ist Premiere im Theater Elf in Zürich. Wir sind nach zehn Schweizer Städten unterwegs. Bis am 31. Oktober geht die Tournee. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke schön, dass Sie bei uns waren. Danke auch. Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen und Adieu miteinander. Es gibt Menschen, die fühlen sich gezwungen, alles Mögliche ständig zu kontrollieren. Sie leiden unter Zwangsstörungen. Nächste Woche erfahren Sie, wie man Zwänge behandelt. Basler Zeitung zeigte. Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.